Wir haben sieben Einsätze gefahren, haben insgesamt 2.000 Menschen geholfen. Lieber würden sie auf der Stelle sterben und ins Meer springen, als zurück nach Libyen zu gehen. Das sagt dann sich alles über die Situation dort. Wir haben so ein bisschen ein Tabu aufgebrochen. Es gibt dieses SAR-Gebiet, dieses Search-and-Rescue-Gebiet, wo man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Flüchtlinge antrifft. Das ist ungefähr doppelt so groß wie das Saarland. Das heißt, wir fahren von Lampedusa in dieses Rettungsgebiet, ungefähr 200 Kilometer. Dort fahren wir dann immer von Ost nach West, immer an der 24-Meilen-Zone lang, schauen, ob wir Flüchtlingsboote finden. Dann fahren wir da hin, nicht gleich direkt mit unserem großen Schiff, sondern halten ein bisschen Abstand, bringen unser Beiboot ins Wasser. Dort haben wir dann Rettungswesten drauf, ungefähr so 130 Stück. Mit denen fahren wir dann hin zu diesem Schlauchboot, runden es erstmal, sondieren die Lage, geben per Funk diese Lage ans Mutterschiff durch. Und wenn die Leute einmal eine Rettungsweste anhaben, wissen wir, okay, selbst wenn das Boot jetzt untergeht, sind sie nicht gleich alle tot. Parallel dazu funkt das Mutterschiff andere Schiffe an, beziehungsweise auch die Rettungsleitstelle. Und dann wissen wir auch sofort, okay, es dauert noch 1, 2, 3, 8 Stunden, bis professionelle Hilfe eintrifft. Ja, wenn wir dann noch Zeit haben, uns erforderlich ist, dann können wir auch Trinkwasser austeilen, haben wir auch einmal gemacht. Wirklich, da waren wir komplett abgebrannt, als wir 500 Leute da mit Trinkwasser versorgt hatten, wo auch manche schon zwei Tage draußen waren, also die auch schon teilweise sehr dehydriert waren. Ja, dann kommt es auch manchmal vor, dass da Verletzte dabei sind, die werden dann entweder in der Rettungsinsel behandelt. Wir hatten einmal einen, der hatte die Beine gebrochen, der wurde dann von unserem Arzt mit starken Schmerzmitteln behandelt. Mehr konnten wir da auch nicht machen, wirklich, um es nur ein bisschen zu erleichtern. Wir hatten auch einmal jemanden gehabt, der ohnmächtig war, der wurde dann auf so eine Trage verfrachtet und aufs Mutterschiff gebracht und dort ärztlich behandelt. Der hatte, glaube ich, immer eine Blutung. Es gab keine Probleme mit irgendwelchen Militärs, Triton, Frontdecks, die haben sich nicht weiter für uns interessiert. Ja, da waren halt auch viele, die vorher ein bisschen Panik gemacht haben. Oh, was ist, wenn ihr da zu den Flüchtlingsbooten kommt, die entern euer Schiff und die überrennen euch und nachher sinkt euer Schiff. Das war nicht der Fall. Wir haben einmal ungefähr 500 Menschen um die Sea-Watch drum herum gehabt und die haben alle friedlich in ihren Rettungsinseln gesessen. Dann fingen alle an zu rufen, Germany, Germany und Berlin. Und ja, die haben sich total gefreut, dass sie jetzt gefunden wurden und gerettet werden. Ein sehr krasses Erlebnis war, als wir da draußen auch Flüchtlinge getroffen haben, beziehungsweise ihnen bei der Rettung assistiert haben und sie zu uns gesagt haben, lieber würden sie auf der Stelle sterben und ins Meer springen, als zurück nach Libyen zu gehen. Das sagt dann sicher alles über die Situation dort, dass die Leute dort wirklich auf der Flucht sind, dass es dort keine Zukunft für sie gibt und dass sie auch nur so wie wir in Frieden leben möchten. Und wenn man das wirklich da draußen hört, das ist schon sehr, sehr mitnehmen. Das habe ich vorher noch nicht gehört. Wir hatten vor ein paar Monaten die Idee, ein Schiff zu kaufen, beziehungsweise auch auszustatten, es ins Mittelmeer zu schicken, um dort nach Flüchtlingen zu schauen, versuchen, den Flüchtlingen eine Ersthilfe zu geben, natürlich auch eine entsprechende Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Ich bin kein Seemann, ich habe da auch keine Erfahrung. Ich hatte halt die Idee, dass man mit Hilfe eines Schiffes sowas machen könnte. Und außerdem hatte ich die Idee, oder Matthias auch, der Mitbegründer von SeaWatch, hatte da auch die Idee, einfach Leute zu suchen, die das können. Und indem man einfach so eine Plattform bereitstellt, sagt, okay, hier ist das Boot, das funktioniert, das ist fair, das ist vollgetankt, jetzt braucht es nur noch das richtige Personal, es zu fahren. Und die haben wir gefunden über unsere Webseite, über die Medien, einfach über diesen ganzen Rummel, den wir jetzt auch in der SeaWatch hatten. Erstes Ziel, wir möchten nicht, dass dort die Leute sterben auf dem Meer. Und da gibt es natürlich verschiedenste Wege. Der einfachste Weg, der auch letztes Jahr oder dieses Jahr praktiziert wurde, ist natürlich eine Seenotrettung. Und der weiterliegende Weg ist natürlich, dass es für die Leute legale Wege geben muss. Was es mit mir machen wird, das werde ich sehen, das kann man nicht sagen. Es wird natürlich jeden irgendwie bewegen. Und wir haben uns auch in unserem Team darauf vorbereitet, dass wir auch Leute haben, die sich gerade auch so mit psychologischen Problemen bei anderen auseinandersetzen können, beziehungsweise uns da Unterstützung geben können. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht so oft in die Lage kommen werden, ganz schlimme Dinge zu sehen. Man muss nicht immer nur das Schlechte dokumentieren. Man kann auch das Gute dokumentieren. Und vielleicht kommen wir ja in die Lage, auch gute EU-Arbeit zu dokumentieren. Jedenfalls im Moment ist das Schiff in Spanien, hat jetzt gerade die Piscaya überquert und auf dem Weg ins Mittelmeer. Langsam, aber stetig. Herr Höppner, ausgerechnet das 25-jährige Mauerjubiläum soll Sie auf diese Idee gebracht haben. Das müssen Sie uns erklären. Ja, ich meine, es gab schon immer Flüchtlinge zu DDR-Zeiten heute. Und wir haben es heute auch gerade wieder gesehen, dass die letzte Woche 10, in der letzten Woche 1000 Menschen gestorben sind im Mittelmeer. Und ich möchte wirklich jetzt auch mal die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute dafür einzulegen. Bitte stehen Sie auf dafür. Wir möchten diesen 1000 Toten, die die letzte Woche an unserer europäischen Außengrenze, an unserer deutschen Grenze gestorben sind, gedenken. Herr Höppner, ich würde trotzdem gerne bei allem gedenken. Herr Höppner, in Deutschland sollte man eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte. Ich wurde ja anflüssig eingeladen zu einer Sondersendung zu dem Thema, dass dort in dieser Woche 1000 Menschen wieder gestorben sind. Und ich empfand es, als ich dann dort vor Ort war, nicht besonders sensibel, wie da mit diesem Thema umgegangen wurde. Das hat dann in mir spontan auch so diese Reaktion forciert, dort mal wirklich einen Punkt zu setzen, um diese Diskussion mal wirklich oder diese Situation mit diesen vielen Toten irgendwie ins rechte Licht zu rücken. Dass das natürlich nicht langsam und gemächlich und bedächtlich funktioniert, das ist natürlich eben klar. Das war natürlich auch ein bisschen so eine Hau-Ruck-Aktion, natürlich aus einer enormen Emotion heraus, was dann vielleicht auch bei manchen so in den falschen Hals gekommen ist. Was hängen geblieben ist, ist halt wirklich diese Schweigeminute oder diese Bewusstseinsveränderung zu diesem Thema und dieses Wortgefecht, was ich da mit dem Herrn Jauch hatte, das ist ja mehr oder weniger schon vergessen. Wir haben gesagt, man kann was machen, man kann nicht nur sagen, man muss Willkommenslager schaffen, man kann nicht nur sagen, man muss die Bedingungen in den Herkunftsländern verbessern, das kann man alles machen. Aber in der Zeit, bis wir das gemacht haben, muss man dafür sorgen, dass diese Menschen nicht sterben. Aber erklären Sie uns doch, wie Sie das mit dem Schiff jetzt machen. Ist dieses Schiff tatsächlich hochseetüchtig? Aber natürlich ist das, aber das ist nicht die Frage. Das Schiff ist jetzt zur Zeit unterwegs, ist auf dem Weg nach Heigoland. Wir haben auch so eine Entwicklung gemerkt auf unserer Facebook-Seite, gerade in der Anfangszeit, da gab es viel Haue. Also da gab es viele, wie nennt man es, Trolle, die uns da wirklich das Leben schwer gemacht haben. Und welche blöden Kommentare und ach, lasst es lieber sein und ihr seid Amateure und ihr schafft es nicht und so. Aber ab dem Punkt, wo wir wirklich da unsere ersten Erfolge gezeigt hatten und wo es funktioniert hat, haben wir uns die in Ruhe gelassen. Also wenn du jetzt auf unsere Facebook-Seite guckst, da gibt es keine Scheiß-Kommentare mehr. Mittlerweile haben wir über 30.000 Follower auf Facebook und es werden jeden Tag mehr und da sieht man auch wirklich, dass es da ein großes Interesse gibt. Wir hatten zwar ein paar Klippen zu umschiffen, aber das haben wir geschafft. Wir sind hierher gekommen nach Lampedusa. Wir haben sieben Einsätze gefahren, haben insgesamt 2.000 Menschen geholfen. Ein Großteil davon wäre ohne uns nicht gefunden worden und höchstwahrscheinlich verschollen gegangen. Meine Frau war ja da auch mal ein bisschen skeptisch mit dem, was wir machen. Und es war auch immer mal ein bisschen sehr anstrengend für uns alle, auch was diese ganzen Medienrummel anging. Aber als wir dann letztendlich unsere ersten Rettungen hatten und auch meine Frau gesehen hat und ich auch gesehen habe, dass es wirklich funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Ja, da ist uns dann ein Stein vom Herzen gefallen und dann haben wir alle gesehen, dass wir das Richtige gemacht haben. Und dann gab es auch ein bisschen mehr Verständnis wieder dafür, auch für diese permanente mentale Abwesenheit. Jetzt letztendlich haben wir es zum guten Ende gebracht. Morgen fliege ich wieder nach Hause nach Berlin. Wenn man sich das hier in Lampedusa weiter anschaut, ist es wirklich sehr gemischt, stürmisch, windig, wellig. Ja, und da müssen wir aufhören. Das wussten wir auch vorher schon, dass wir gesagt haben, wir machen bis Ende September, Anfang Oktober. Wir können jetzt mit unserem Schiff nicht mehr raus. Wir hoffen, dass wir vielleicht nächstes Jahr genug Spenden zusammenbekommen, um ein etwas wetterstabileres Schiff zu kaufen. Mit dem Material, was wir haben, haben wir wirklich das Beste gegeben und mehr ist nicht. Außerdem müssen wir uns auch mal ausruhen. Alle Beteiligten hier, die bei Sea-Watch mitgewirkt haben, brauchen jetzt auch ein bisschen Ruhe, Verschnaufpause. Wir müssen uns sammeln. Worauf ich mich freue, ist, dass ich jetzt hoffentlich mal abschalten kann. Jetzt, wo das Schiff jetzt auf dem Weg in den Winterhafen nach Tunesien ist und wenn es dann da liegt und fest und sicher ist, dass man einfach mal dieses Sea-Watch auch mal aus dem Kopf wieder rauskriegt, weil das hat mich wirklich sehr mitgenommen, immer sehr bewegt und viele Ressourcen gefressen. Einfach wieder ein ganz normales Leben erst mal machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017